Wird ChatGBT uns alle arbeitslos machen? Herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo wir mal ein Thema besprechen, das für viele Leute relevant ist, nämlich die Frage, wird ChatGBT mich meinen Job kosten? Was sind meine Möglichkeiten, mich auf dieses sich immer schneller beschleunigende Thema der künstlichen Intelligenz vorzubereiten? Und wie kann ich vielleicht auch noch davon profitieren? Denn eine Sache ist klar, wenn man die Geschichte studiert, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, die in der Vergangenheit das Leben der Menschen maßgeblich beeinflusst haben, dann war eine jede technologische Revolution immer von Leuten beeinflusst worden, die davon profitiert haben, weil sie das gesehen haben, weil sie das antizipiert haben, weil sie sich darauf aufgepasst haben, angepasst haben und andere Leute, die das eben nicht gesehen hat. Neuestes Beispiel, oder? Elon Musk war einer der ersten, der den aufkommenden Hype oder die Entwicklung der Elektrofahrzeuge, der elektrifizierten Autos, der E-Autos gesehen hat, der seine Firma darauf aufgebaut hat, der dann jetzt auch diesen Erfolg hat, während andere Spieler, weil sie das nicht so ganz sehen haben, haben sie sich nicht darauf entsprechend eingelassen und werden deswegen bestraft. Man muss sich nur mal die Tendenz des Aktienkurses von Tesla anschauen und das zum Beispiel mit einem anderen Autohersteller Volkswagen vergleichen. Dann sieht man Tesla völlig überteuert, wahnsinnig irrational fast schon, was der Markt diesem Unternehmen antraut oder vertraut, dass sich dieses Unternehmen entwickeln wird, während Volkswagen, ein Unternehmen, das bereits wahnsinnig viel Geld verdient, so günstig gehandelt wird, dass man sich eigentlich nur fragen kann, was denn da passieren muss, damit der Markt recht behält. Also das bedeutet, eine jede technologische Veränderung hat sowohl Sieger als auch Verlierer. Die entscheidende Frage ist, wie schnell sind wir als Menschen in der Lage, uns anzupassen, wie schnell sind wir als Menschen in der Lage, uns an die neue Gegebenheit situativ anzupassen, davon zu lernen, die neue Technologie in unseren Arbeitsalltag einzugliedern, um eben von der Produktivität zu steigern. Wir wollen jetzt mal in den Screenshare hinein starten, denn es gibt ein paar Themen, die wir einmal besprechen müssen, bevor wir zu dem wichtigsten Teil für euch kommen. Wie kann man denn von dieser ganzen Entwicklung profitieren? Also wir gehen hier einmal in den Screenshare hinein. Ich glaube, das ist wirklich interessant, wenn wir einmal hier die Google Trends vergleichen, von einmal Bitcoin, der erste Suchbegriff, dann ChatGBT, der zweite Suchbegriff, und einfach mal AI, Allgemein Artificial Intelligence, als dritten Suchbegriff. Und wir sehen hier etwas, das natürlich interessant ist. Man weiß das natürlich bei Bitcoin, als wir die Bitcoin-Hypes hatten, war natürlich ein, begleitet von einem wahnsinnig starken Suchinteresse. Und wir sehen, wie das Suchinteresse für Bitcoin stetig nach unten geht. Das ist ganz normal, im Bärenmarkt war das immer so. Wenn dann der nächste Bullenmarkt wiederkommt, dann geht das Suchinteresse wieder hoch. Aber wir sehen auf jeden Fall einen wahnsinnig starken Anstieg von ChatGBT und AI, gerade im Allgemeinen. Und das ist einfach deswegen interessant, weil der AI-Boom natürlich viel schwieriger ist, Investitionen umzusetzen, davon wirklich zu profitieren, als der Bitcoin- oder der Blockchain-Boom, weil da muss man einfach Bitcoin kaufen. Man kann aber nicht eine AI einfach kaufen. Und es ist auch nicht so leicht abzusehen, wer denn genau von Artificial Intelligence profitieren wird. Wie ich persönlich davon profitiere und wie ich glaube, dass man das umsetzen muss, seht ihr am Ende dieses Videos. Denn der zweite Punkt ist ja der, wo die große Frage ist, wie man gesellschaftlich auf einmal damit umgeht. Denn es gibt viele Arbeiten, also viele Jobs, die durch die Digitalisierung, die durch Artificial Intelligence und auch durch Robotisierung ersetzt werden können. Das bedeutet wahnsinnig viele Menschen fürchten um ihren Arbeitsplatz. Und die große entscheidende Frage ist natürlich, kann man das dann gesellschaftlich durch ein Grundeinkommen usw. ausgleichen? Das mit dem Grundeinkommen ist ganz, ganz schwierig. Und das hat diesen Grund, dass du, es gibt ja so diese Theorie von der Politik, dass du hergehst und sagst, wir besteuern einfach die Roboter, weil dann können wir das ganze Geld, also die Wertschöpfung von den Robotern, gibt es auch von, wie heißt er, von Precht, also vom Philosophen, auch ein interessantes Buch, oder, wo er auch viel darüber redet. Und es ist halt immer das gleiche Narrativ, das gesponnen wird, dass wir hergehen, wir sorgen dafür, dass die Wertschöpfung, die durch die Roboter entsteht, sozusagen besteuert wird, dass wir dann damit das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren können. Das wird aber aus einem Grund nicht klappen, und zwar aus dem gleichen Grund, dass wir es momentan auf europäischer Ebene auch nicht hinbekommen, die großen Konzerne, Apple, Amazon, Ebay, Facebook, wie sie alle heißen, ordentlich zu besteuern, nämlich deswegen, weil das ein globales Spiel ist. Und das Gleiche wird passieren mit den Firmen, die die Roboter oder JetGPT, Microsoft, die Artificial Intelligence besitzen, beziehungsweise in ihre Geschäftsmodelle integrieren. Die werden Effizienzgewinne haben. Die Firmen werden brutal gut laufen. Die werden auch natürlich Arbeitspotenzial einsparen. Also die werden Leute rausschmeißen, Costcutting bis zum letzten Mann. Aber der entscheidende Punkt ist, der Staat wird davon nichts bekommen, weil genauso wie du sie jetzt schon nicht besteuern kannst, kannst du sie auch in der Zukunft nicht besteuern. Wäre das so einfach, hätte man das ja gemacht. Und der entscheidende Punkt, um davon zu profitieren, ist natürlich, der Staat müsste die Aktien dieser Firmen kaufen. Der Staat müsste also aufhören, Geld zu drucken, um die ganzen Sozialausgaben zu erhöhen und diese ganzen Themen zu machen, um den Bürgern weitere Geschenke zu machen. Nein, der Staat müsste eigentlich die Aktien der Firmen kaufen. So funktioniert der Kapitalismus, weil dann würde er ja die Wertschöpfung dieser Firmen selbst abschöpfen können und daran profitieren. Wir gehen jetzt einmal hier in JetGPT rein und schauen uns jetzt mal an. Gib mir einige Beispiele aus der Vergangenheit von Beruf, wenn die durch technologischen Fortschritte ersetzt worden sind. Und dann geht er hier nämlich her und sagt, es gibt hier natürlich einige Berufe, zum Beispiel die Webereien, die in der industriellen Revolution wurden die Textilen oft per Hand gewebt und dann gab es natürlich Webmaschinen, die viele Handweber arbeitslos gemacht haben. Dann die Telegrafisten mit der Entwicklung des Telefons und später des Internets wurden Telegrafisten die Nachrichten per Morse-Code übermittelten. Absolut. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr wusstet, dass es den Beruf des Telegrafisten gab. Es gibt da ein wahnsinnig tolles Buch, Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit, wo er die größten Entwicklungen oder die eben Sternstunden der Menschheit, da legt es natürlich Stefan Zweig üblich in einem wunderschönen Deutsch verfasst und da beschreibt er, wie man das erste Kabel von Amerika nach England verlegt hat und wie oft sie da gescheitert sind und so weiter und wie das damals abgelaufen ist. Und da gibt es eben auch die Telegrafisten, die dann die erste Nachricht übermittelt haben. Aber das ist natürlich wieder ein Beruf, der komplett obsolet ist, den wir nicht mehr kennen. Oder die ja Filmentwickler. Von der Digitalfotografie mussten Filme entwickelt werden. Also vor der, die mussten entwickelt werden. Mit dem Aufkommen digitaler Kameras und Drucktechnologien wurden die ja Filmentwickler nicht mehr benötigt. Also wir können jetzt einmal komplett durchgehen. Ich denke, es gibt wahnsinnig viele Beispiele von Arbeiten, die durch technologischen Fortschritt entwickelt wurden. Obsolet, also überflüssig geworden sind. Aber nun gib mir Beispiele von Berufen, die neu entstanden sind. Und das ist eben das Interessante. Es gibt einfach technologischer Fortschritt verändert Dinge. Es gibt Berufe, die werden weiterhin obsolet werden, aber neue entstehen. Und das ist das, was viele Menschen immer in der Debatte vergessen, dass ja viele Berufe, die nicht gerade attraktiv sind, obsolet geworden sind. Aber viele Berufe, die viel interessanter sind, weil sie eine viel stärkere, weil sie eben eine viel stärkere Entfaltung des Menschen fördern, aber auch fordern, die entstehen dann neu. Zum Beispiel der Data Scientist, Social Media Manager, App-Entwickler, KI-Spezialist, Cyber Security-Experte, E-Sport-Profi, Influencer und so weiter. Also ihr seht, es sind wahnsinnig viele neue Berufe entstanden. Und das ist einfach der Rat, das Rat der Zeit, das sich so entwickelt. Alte Berufe werden überflüssig, neue Berufe entstehen. Und eine wichtige Sache ist aber, dass natürlich die Anforderungen an die neuen Berufe immer schwieriger werden. Das bedeutet, du musst immer mehr leisten, um ein Data Scientist zu sein, als damals ein Web-Arbeiter. Also das ist natürlich klar, dass du dich kognitiv immer mehr herausfordern musst für die neuen Berufe. Und jetzt ist das entscheidende Thema, wie kannst du denn von AI profitieren? Ich kann dir nicht sagen, welche Berufe alle ersetzt werden, weil das Problem an Artificial Intelligence ist, dass die Entwicklung so schnell ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Das bedeutet, wir wissen nicht, wo es morgen sein wird. Wir wissen nicht, wo es in einem Monat sein wird. Wir wissen nicht, wo es in einem Jahr oder in zehn oder in 50 Jahren sein wird. Deswegen ist das Schwachsinn, dir jetzt zu sagen, welche Berufe entstehen oder welche Berufe überflüssig werden. Aber für dich ist entscheidend, die Haltung des ständigen Lernens, die Neugierde, die immer sich weiterentwickeln, diese Haltung zu etablieren, weil dann wirst du auf jeden Fall deinen Weg finden. Und ganz konkret werde ich davon profitieren, indem ich Aktien kaufe. Denn eine Sache ist klar, ich weiß jetzt nicht, welche Unternehmen das am besten in ihren Workflow etablieren werden. Ich weiß aber, dass die Unternehmen, die es tun, ein Potenzial haben, ihre Produktivität, ihre Gewinne, ihre Effizienz zu steigern, damit gleichzeitig ihre Kosten zu senken und mehr Geld verdienen. Und umso mehr Geld Unternehmen verdienen, wem gehören die Unternehmen? Den Aktionären. Und es gibt nichts Leichteres, als von diesem Boom zu partizipieren, als Aktien zu kaufen. Jetzt kannst du sagen, okay, ich wette auf Microsoft, weil ich weiß, dass Microsoft mit den Kauf, die haben ja einen Teil von JetGBT gekauft, dass sie damit den richtigen Weg gegangen sind. Und du kannst sagen, ich wette auf Google oder du wettest auf Einzelaktien oder du nimmst einfach zum Beispiel die Nasdaq, den Technologieindex, wenn du das langfristig siehst, weil langfristig werden natürlich die Technologieunternehmen davon am meisten profitieren. und wenn du sagst, du kannst es ausselektieren, dann selektierst du die Einzelaktien raus. Wenn du sagst, du kannst es nicht ausselektieren, dann nimmst du halt den ETF. Aber diese Wertschöpfung, diese Netto-Wertschöpfung wird bei den Aktionären landen und es macht keinen Sinn, die Unternehmen zu bekämpfen. Es macht keinen Sinn, den Kapitalismus zu bekämpfen. Es macht nur Sinn, am Kapitalismus zu partizipieren, indem ich die Aktien der Unternehmen halte, die eben eine verbesserte Situation vorfinden, weil sie technologischen Fortschritt für ihr Geschäft nutzen. Und das ist natürlich gesellschaftlich wahnsinnig interessant, weil das natürlich der Staat wieder nicht machen wird. Die werden keine Aktien kaufen. Die werden versuchen, das übersteuern und Verbote zu regeln. Du kannst aber auf internationaler Ebene, wenn nicht alle mitmachen, kannst du nicht besteuern. Dann gibt es immer Länder, wie ich glaube, Luxemburg ist das, wo viele Tech-Konzerne sitzen, die dann auch noch teilweise Steuern zurückbekommen. Also wie gesagt, du findest immer ein Schlupfloch im Gesetz. Deswegen ergibt es keinen Sinn oder macht es für mich keinen Sinn, dagegen zu arbeiten, einfach die Aktien kaufen. Dann bist du davon ideal, partizipierst du davon. Ich würde es über einen ETF machen und dann wirst du den AI-Hype am besten so abbilden, dass er eben für dich vorteilhaft ist. Die Leute, die keine Aktien haben, schaut euch mal die Entwicklung des Nasdaq in den letzten 10 Jahren an. Die entscheidende Sache ist sogar, ihr müsst euch die Entwicklung des Nasdaq durch das FAT-Balance-Sheet geteilt anschauen, weil dann seht ihr einmal, dass die Tech-Aktien das Gelddrucken outperformed haben. Das bedeutet, die Netto-Wert-Schöpfung, das bedeutet, die Produktivitätsgewinne waren ausschließlich im Technologiebereich und so könnt ihr die eben einhamstern. Auch wenn ich glaube, dass wir jetzt auf Sicht von ein bis zwei Jahren vielleicht nicht die interessantesten Aktienbewegungen haben werden, aber es geht ja hier darum, wie du auf die nächsten 5 bis 10, 15, 20 Jahre diese große Sorge, die viele Leute haben, der künstlichen Intelligenz mit einnehmen kannst und ich sage dir, da spiele ich über Aktien und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass du eben an dieser Netto-Wert-Schöpfung partizipierst. Wenn du eine Firma hast oder Unternehmer bist, dann würde ich mir auf jeden Fall überlegen, wie du das in dein Unternehmen eingliedern kannst, aber vielleicht noch ein weiterer wichtiger Punkt, über den ich viel nachdenke. Ich glaube auch, dass du wahnsinnig aufpassen musst, wie du ChatGBT zum Beispiel einkliederst, weil die Leute sind nicht blöd und wenn du alles nur noch von ChatGBT erstellen lässt, merken das die Leute, weil, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, du kannst ja heutzutage schon mit künstlicher Intelligenz besser oder eben bürtig komponieren wie die besten Komponisten. Das bedeutet, da gab es Experimente, da hat man eben Zuschauer einmal etwas von einer künstlichen Intelligenz komponiertes vorgesetzt und einmal etwas von Beethoven war es glaube ich oder Bach, weiß ich jetzt nicht und die konnten den Unterschied nicht erkennen. Das bedeutet, die künstliche Intelligenz komponiert genauso gut, vielleicht sogar besser wie die Komponisten. Würdest du dir jetzt aber Musik von künstlicher Intelligenz reinziehen? Vermutlich nicht, weil die soziale Komponente fehlt. Die Leute wollen immer den sozialen Kontakt, die Leute gehen nicht nur in ein Bach-Konzert, weil sie die Musik lieben, sondern auch, weil sie den kulturellen Hintergrund, die Geschichte, das Feeling lieben, weil sie sich von den Menschen abgrenzen wollen, die nicht kulturell auf diesem Niveau sind, dass sie Bach hören, weil sie sich mit einer Masse von Menschen verbinden wollen, die eben auch Bach-Fans sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass obwohl künstliche Intelligenz viele Bereiche besser machen kann, sie die nicht aber immer ersetzen kann, weil du eben die Beziehung hast, die fehlt. Und wenn die Leute Bach hören wollen, dann wollen sie eben Bach hören, weil der eine Geschichte, eine Kultur hat, weil der ein gewisses Feeling vermittelt, dass sie, wenn sie einfach wissen, das hat ein Computer komponiert, nicht haben. Und das Gleiche mit Schriftstellern. Ich lese gerade wahnsinnig viel Goethe. Goethe, einer der für mich faszinierendsten Menschen und natürlich gibt es ChatGBT und das kann mir vermutlich auch Gedichte machen. Wir können ja einmal hier den Auftrag geben. Dichte mir, dichte mir ein wunderschönes Gedicht im Goethe-Stil. So, dann schauen wir einmal, ob er das und dann siehst du hier, er bekommt das eben hin, in stillen Stunden, fern von jeglichem Lärm in meiner Seele, wo die Träume schwärmen, da entsteht ein zartes poetisches Spiel, ein Gedicht im Stil von Johann Wolfgang von Goethe. Also er kann auch dichten, aber ich weiß, dass es von der künstlichen Intelligenz kommt und daraus verliert sich der gesamte Charme. Und wenn ich weiß, dass das Goethe ist und dann kann ich in der Goethe-Geschichte, lese ich gerade über sein Leben und seine Zeit herumschmökern und dann kann man sich auch als etwas Besonderes fühlen, weil man das ja alles weiß und es andere Leute gibt, die das nicht wissen und so weiter und da werden eben wahnsinnig viele menschliche Bedürfnisse dann eben befriedigt, die über künstliche Intelligenz nicht befriedigt werden. Hey, das war es mit diesem Video, mich interessiert deine Meinung. Kurz und knapp nochmal zusammengefasst, künstliche Intelligenz wird viel verändern, es hat in der Vergangenheit technologischer Fortschritt immer viel verändert, es wurde aber gleichzeitig viel neue Chancen erstellt, zum Beispiel Kodak haben damals die Digitalkamera nicht gesehen, die haben verloren, Sony hat damals das iPhone nicht gesehen, die haben verloren, aber Apple hat es gesehen und die haben gewonnen. Also wie gesagt, es gibt immer Gewinner und Verlierer und die beste Möglichkeit ist eben über den Kauf von Technologieaktien sich daran zu bereichern, weil es kann natürlich sein, dass das Arbeitsleben sich komplett verändert, aber diese großen Firmen werden mehr Geld verdienen, in dieser Hinsicht. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Video.